Ja, wir sind wieder zurück in Bijous Wohnung. Ich habe gerade mal beim Laden des Spielstands gesehen, dass wir gerade mal bei 34% sind. Das Spiel ist ja in zwei Episoden aufgebaut, soweit ich weiß. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob wir nur bis 50% spielen oder bis 100%. Also wenn wir bis 100% spielen, liegt auf jeden Fall noch einiges vor uns. Naja, und jetzt werden wir Bijou mal befragen, warum sie denn sich hier so zu... Oh, helft mir! Sie müssen mir helfen. Was ist denn, Bijou? Ich kann unser Lied nicht mehr spielen. Erst verliere ich Henri, jetzt noch unser Lied. Sie meinen die Schallplatte? Was ist passiert? Ich bin gestolpert und aus der Seen draufgetreten. Was war das für ein Lied, Bijou? Ich bin am Ende ohne unser Lied. Am Ende. Der Name des Lieds, Bijou? Jasmin, es war unser Lied. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wer hat das Lied gesungen? Mein Schatz Henri, natürlich. Es kam bis auf Platz zwei der schwedischen Scherz. Ich war so stolz. Besorgen Sie mir eine neue Platte, Georges. Bitte, versprechen Sie es mir. Ich kann es ja versuchen. Oh, Sie sind ein Schatz. Ich fühlte mich schrecklich. Schließlich war ich kein Schatz, sondern nur hinter dem Safe-Schlüssel her. Lane hat mir gesagt, Sie hätten den Herkunftsnachweis und Sie hätten den Papierkram der Galerie erledigt. Oh, in meinem Kopf fährt ein kleines Mäuschen immer rund und rund und rund. Bijou, ich muss das wissen. Alle Papiere sind im Safe, im Büro der Galerie. Und hören Sie auf mit der ganzen Fragerei. Und wo haben Sie den Schlüssel? Bijou, wo ist der Schlüssel für den Safe? Henri? Sie sind nicht Henri. Ich verwahre den Schlüssel so, wie Henri es wollte. Könnte ich mir bitte den Schlüssel ausleihen? Ich brauche meine Melodie. Das ist das Einzige, was zählt. Ich konnte in Ihrem Zustand einfach nicht vernünftig mit ihr reden. Ich musste anders an den Schlüssel kommen. Vielleicht, wenn wir uns die Brille aufsetzen. Schauen Sie, Bijou, ich habe Ihnen Henri's Brille mitgebracht. Oh, Henri. Was soll ich bloß ohne dich anfangen? Okay, das interessiert Sie nicht. Wollen Sie vielleicht noch was trinken? Sie hatte schon genug zu... Gut. Bitte, helfen Sie mir. Dann schauen wir, was ich machen lässt. Bijous Lieblingsplatte war nicht mehr zu reparieren. Das hätte ich mir schon fast gedacht. Es gab keine Möglichkeit, die wieder zu retten. Hatten wir hier nicht noch im Regal irgendwas? Plattenspieler. Keine Reaktion von Bijou. Eine kleine Nachtmusik war eindeutig nicht das, was sie hören wollte. Oh, das läuft jetzt hier einfach so durch. Gucken wir uns hier hinten mal an, was ich... Die Räucherstäbchen waren endlich runtergebrannt. Aber es stank immer noch danach. Bijou hatte dem Champagner gehuldigt. Sehr gewissenhaft. So, dann... Schauen wir mal hier drüben. Die Stereoanlage, da können wir schon ernst machen. Die können ja auch nichts mitnehmen. Fifi hatte einen Ehrenplatz auf dem Tisch. Ich vermute... Sein kleines Gesicht erinnerte mich an Henri. Das Fell sah genauso aus wie Henri's Haare. Manche Hunde sehen ihren Besitzern wirklich ähnlich. Können wir dem vielleicht die Brille aufsetzen? Das würde nicht funktionieren. Hm. Ne, ich hab auch vermutet, dass der Schlüssel vielleicht da drin ist, weil... Ja, da sagte, wir haben... Henri war mit sich und der Welt im Reinen. Wir haben eine Verabredung mit... Ähm... Wir haben eine Verabredung mit einem ausgestopften Hund. Deswegen hab ich das vielleicht vermutet. Ich glaube, erst mal die Blume. Eine weiße Blume. Können wir hier noch irgendwas von Henri mitnehmen? Ne. Gut, aber wie hilft uns diese weiße Blume jetzt weiter? Will die einsprühen? Ne. Können wir die mit irgendwas? Auch nicht. Die Brille? Ne. Vielleicht kann uns ja Nico... Vielleicht hat die ja so eine Schaltplatte. Und nicht wie der Mr... Was weiß ich, wie der hieß. Okay. Nico, ich bin gerade bei Bijou angekommen. Super. Und? Hat sie alles zugegeben? Nein. Sie ist ziemlich betrunken. Ah. Und warum bist du immer noch da? Ich muss dringend in die Galerie. Und sie hat die Schlüssel zum Safe. Glaubst du, die gibt sie dir so einfach? Wohl kaum. Aber ich krieg das hin. Bis später dann. Ah, ich hab gedacht, vielleicht bringt die uns jetzt eine Schaltplatte rum. Können wir Lane anrufen? Ne. So, dann... Weiß ich nicht, ob... Die Blume wird ja wohl kaum weiterhelfen. Nur wo könnten wir denn jetzt eine Schaltplatte herbekommen? Ah, vielleicht von Bassam. Schauen Sie sich diese schöne weiße Blume an. Oh, Henri! Gut, das bringt uns auch nichts. Ja, äh, wie gesagt, wir brauchen dieses Lied irgendwie. Vielleicht in der Galerie selbst, dass sie da noch irgendwo so eine Schaltplatte rumgelegen hat. Hier irgendwo eine Boutique. Ausgang, Café. Dann gehen wir mal zum Ausgang. Dann würde ich erstmal gucken, ob Bassam vielleicht so eine Schaltplatte hat. Der hat doch sämtlichen möglichen... ...Rotz. Vielleicht bewegt er sich jetzt auch mal ein bisschen. Mit dem Mund oder so. Eben, also, eben. In der letzten Folge, da hing er ja so ein bisschen. Aber ich sehe hier auch keine Schaltplatten. Gut. Also, warum wir hier nochmal was... ...machen müssen, weiß ich jetzt bisher noch nicht. In der Galerie können wir nicht mehr. Wir können nur zu Bijou oder... ...zu Bassam. Also müssen wir doch wieder in die Wohnung. Und irgendwie müssen wir hier die Musik ankriegen. So, dann gehen wir da gleich mal wieder hin. Oder muss ich erst wieder klingeln? Oh. Ja. Bijou, hier ist nochmal George. So, dann wollen wir jetzt nochmal hoch. Und dann müssen wir jetzt irgendwie mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier im Inventar noch irgendwas kombiniert. Ja, es klappt ja nicht. Hm. Das konnte... Das klappt. Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Bijou's Lieblings... War nicht mehr zu reparieren. Ich hab' mir schon überlegt, ob man das Lied nicht einfach singen kann, oder... Nee, die liegt doch sonst nichts. Ja, irgendwas mit der Schallplatte, aber die sagt er von vornherein ist nicht mehr zu reparieren. Ich hab' mir schon gedacht, ob wir uns irgendwie verkleiden können, aber... Aber wir haben ja so drei Teile, sag' ich mal. Nochmal mit ihr sprechen, die irgendwas zeigen vielleicht. Bijou? Henri? Bijou. Ich brauche meine Melodie. Hm. Ich hielt... Bijou war kaum in der Lage... Vernünftig zu sein. Geschreiter Brief. Ich wollte nicht, dass Trevor Bijou in diesem Zustand... Schrecklich für beide. Bitte. Kann ich hier was an den Plattenspieler... ...umstellen? Das würde niemals... Hm. Das lohnt. Ich brauchte eine... Ja, eine bessere Idee brauche ich auch, allerdings... Das wäre... Allerdings... Äh... Fällt mir grad nichts weiter ein. Nee, ich wusste was... So, die kaputte Schallplatte, aber da sagt er von vornherein... Er kann damit nichts mehr anfangen. Weil so eine Art Kleber haben wir auch nicht. Henri war mit sich und der... Welt im Reinen. Unser Chef vielleicht, ob der... Und was haben Sie vor? Werden Sie sie ausfragen? Nein, sie ist weggetreten. Schnappen Sie sich den Zebschlüffel und holen Sie den Herkunftsnachweis. Fragen können Sie... Sarg. Das hätte nicht... Das hätte nicht funktioniert. Ja, ich bin grad so ein bisschen... Ideen los. Gut, hier ist dieser komische Plattenspieler. Das war eine alte Musikbox. Das Ding können wir nicht nehmen. Ähm... Vielleicht ist es doch gerade völlig offensichtlich, aber... Ich merke es nicht. Er macht nur wieder diese Melodie, ne? Keine Reaktion. Eine kleine Nachtmusik. Kann man während des Lieds jetzt irgendwas Neues von hier schauen? Nicht wirklich. Stereoanlage. Da vielleicht irgendwie was rausknipsen. Das würde nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren. Hm, was könnte man denn noch machen? Whisky in den Champagner? Das wäre nutzlos. So, der Fifi hat die... Haare von Oree. Sieht zumindest aus wie Oree. Ich will ihm die weiße Blume anstecken. Das würde nie funktionieren. Die weiße Blume. Ja, ich denke auch nicht, dass das... Bassandi haben will, ne? Das ist ja der einzige Ort, wo wir noch hingehen können. Bestimmt wieder... Das würde... Irgendetwas Stumpfes. Das wäre... Das wäre nutzlos. Das würde nicht funktionieren. Nee, ich musste was anderes... Ich gehe davon aus, dass es gar nicht so schwer ist. Das ist bestimmt relativ offensichtlich. Ich... Hm... Ich weiß hier was an Nagelknipser. Der Plattenspieler. Was könnte man denn mit dem nochmal? Schredater Brief. Er wird wohl auch kaum. Das lohnt. Bijou noch irgendwas zeigen? Also wenn die Tars irgendwie reagiert... Sie sind nicht Oree. Ich hielt... Bijou war kaum... Ich hielt... Bijou... Hm. Mögen sie diesen Duft? Oree? Bist du das, mein Schatz? Schauen Sie, Bijou, ich habe Ihnen... Oh, oh... Schauen Sie sich die... Oh, Henri... Also ich habe mich jetzt eingespült. Bijou, wo ist der Schlüssel für den Safe? Ich brauche meine... Da sie hat ja gefragt. Oree, bist du das, mein Schatz? Ich hielt... Bijou... Ich nehme jetzt einfach alles. Ja, gut, die beiden hatte ich in den Münzen. Ich hielt... Bijou... Hm... Ich weiß es nicht. Ich hielt... Bijou... Ich wollte nicht... Ich hielt... Bijou... Tja... Ich kann es euch nicht sagen. Ich werde mich umgucken, ob ich was finde und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass die Folge ein bisschen langweilig war. Dafür gibt es dann morgen wieder eine spannende Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.